Musik Weiß und wunderbar, so sollte der Schnee eigentlich sein. All die Flocken, die am Montag noch liegen, haben sich allerdings im Schneematsch verwandelt. Da hilft es wohl nur gutes Schuhwerk anzuziehen. Musik Wolken verhangen und regnerisch, so startet die neue Woche. Der Montag bringt den ganzen Tag über leichte Regenschauer. In höheren Lagen kann aus dem Regen auch Schnee werden. Die Temperaturen bewegen sich im Tagesverlauf zwischen 0 und 3 Grad. Auch während der kommenden Tage zeigt sich das Wetter nass, kalt und grau. Der Dienstag bringt bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad Regenschauer oder Schneeschauer. Am Mittwoch sinkt das Thermometer auf Werte zwischen 0 und 1 Grad. Es sind weiterhin leichte Regen- und Schneeschauer zu erwarten. Der Donnerstag bringt dann Schnee bei eisigen Temperaturen zwischen minus 1 und minus 4 Grad. Musik 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 Musik